Ihr Lieben, wie geht's euch denn? Uns geht's hervorragend. Wir sind seit einem halben Jahr zum ersten Mal wieder zusammen auf dem Event. Ja, ich hab euch lange nicht gesehen, das stimmt. Ja, Michelle war lange nicht gesehen. Und dich schon. Naja, und wir haben ja ein vierbeiniges Kind bekommen. Ah ja, genau. Heute ohne Hund? Heute ohne Hund, ja. Er fehlt uns. Uns fehlen vier Beine. Wie geht's jetzt dir als Regisseur? Auch mir geht's ganz gut eigentlich. Ich bin gerade in Vorbereitung. Ich merke gerade, dass mein Handy klingelt. Das ist super bei Interviews, weil ich ja in Vorbereitung bin. Ja, das ist der Regieassistent. Das ist mein Regieassistent, der gerade anruft, tatsächlich. Ich hab zwei Stunden mit meinem Mann heute. Genau. Heute ist mal endlich mal ein bisschen, noch ein bisschen Luft holen, bevor es richtig losgeht. Am 16. habe ich meinen ersten Drehtag bis Ende August. Und ja. Was wird das für ein Film? Vier Folgen Soko München. Gut. Sehr gut. Und seid ihr jetzt hier im Stress mit Filmfest? Nein, ich nicht, weil wie gesagt, ich bin ja gerade in Vorbereitung und da ist die Arbeit wichtiger als das Filmfest. Nächstes Jahr ist auch noch Filmfest. Ich freue mich natürlich, dass ich heute Abend mit meiner bezaubernden Frau ausgehen kann und werde den Abend mit ihr genießen, weil dann wird die Zeit wieder eng. Genau. Also für diese Veranstaltung habt ihr euch quasi Zeit genommen. Ja. Wir haben ja auch einen kleinen Hund. Ja, ich weiß. Den kenne ich. Einen kleinen, großen Hund. Einen kleinen, großen Hund. Dann danke ich euch und wünsche euch viel Spaß und einen schönen Abend. Danke ebenfalls. Viel Spaß. Herzlichen Dank. Viel Spaß.